Liebe Zuschauer, das Jahr 2022 war definitiv ein Bewegtes. Jetzt ist es fast zu Ende. Machen wir einen Haken dran und schauen wir vor allem auf das Kommende. Und das tun wir jetzt gemeinsam. Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege bei der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Sehr gern. Dr. Stephan, ich freue mich, dass wir einen Rückblick, aber vor allem noch vielmehr einen Ausblick hier wagen. 2022, welches Wort würden Sie sagen, was wäre das Passendste für dieses Börsenjahr? Überraschung. Also ich fand schon, dass einige Dinge doch geschehen sind, mit denen wir eben auf diese Weise nicht gerechnet haben, die wir auch so noch nie erlebt haben, ehrlicherweise. Und das musste man natürlich zuerst mal dann verarbeiten in den Märkten. Ich befürchte, das ist immer noch nicht ganz gelungen, aber mal gucken, was uns 2023 alles bringt. Es ist ja so die Zeit der Rückblicke, aber dem Anleger bringt ja deutlich mehr eben dann auch der Ausblick. Aber Sie sagen es ja schon, manche der Überraschungen sind ja dann doch zumindest gekommen, um noch ein Stückchen zu bleiben. Und was in diesem Jahr eine Überraschung auf jeden Fall natürlich war, war der Krieg in der Ukraine. Würden Sie sagen, das hat dann schon die Qualität von einem schwarzen Schwan gehabt? Damit hatte ja eigentlich keiner so gerechnet? Ja, sicherlich. Vor allen Dingen dann die Auswirkungen, nicht nur menschliches Leid, natürlich auch dann die Nahrungsmittelpreise und die Energiepreise, die in Europa beziehungsweise weltweit explodiert sind, zu ganz neuen Herausforderungen geführt haben. Wer hätte gedacht, dass wir innerhalb von Monaten Flüssiggasterminals nicht nur genehmigen, sondern auch bauen, dass die Lieferketten da völlig umgebaut werden, was die Energieversorgung angeht. Und China jetzt plötzlich öffnet mit einer Geschwindigkeit, die wir auch nicht erwartet hätten. Also da sind schon so ein paar Sachen dabei. Ja, die sind doch überraschend. Also überraschend dann auch immerhin an den Lösungsstrategien. Da geht ja manches dann vielleicht doch schneller als gedacht. Überraschend, aber dann auch die Notenbanken, was die so in diesem Jahr veranstaltet haben. Und wie Sie jetzt gerade auch zuletzt jetzt wirklich den Markt so völlig auf dem falschen Fuß erwischt haben. Würden Sie sagen, die Marktreaktion war ein bisschen überzogen? Nein, das glaube ich nicht. Jetzt ist ja auch sozusagen Last Man Standing auch noch umgefallen. Die Bank of Japan hat im Grunde genommen eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten getätigt, indem sie das Band, in dem die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen schwanken darf, erweitert hat. Letzte Woche waren es dann die FED, die nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass der Zinspfad weitergeht, wenn auch mit kleineren Schritten. Die Europäische Zentralbank genauso. Man hat auch da die Terminal Rate, also den Höhepunkt, den wahrscheinlichen Höhepunkt des Zinszyklus bei beiden Notenbanken nach oben geschoben. Die Bank of England, die Schweizerische Nationalbank, alle haben die Zinsen angehoben, alle mit dem gleichen Hinweis, dass es wohl weitergehen wird. Also wir hatten damit gerechnet, der Markt aber nicht. Der Markt glaubt vor allen Dingen der amerikanischen Notenbank immer noch nicht, die ein schwaches Wachstum für das Gesamtjahr 2023 in den Vereinigten Staaten prognostiziert. Und der Kapitalmarkt offensichtlich doch eher eine nachhaltigere Rezession. Denn dort werden Zinssenkungen schon wieder für das zweite Halbjahr eingepreist, die wir im Moment nicht sehen und da eher bei der FED sind, eher in 24 oder 25. Also die Inflationsraten sind ja auch nach wie vor hoch. Also natürlich muss man da jetzt auch differenzieren im Euroraum oder eben in den USA. Also das heißt, auch wenn da jetzt der Höhepunkt gerade in den USA überschritten scheint, ist ja jetzt nicht so, als wäre die Inflationsrate da, wo die FED sie gerne hätte. Das heißt, wovon gehen Sie aus? Was hätte denn der Markt gerne gehabt? Ja, ich glaube schon, dass die Inflation in den USA den Höhepunkt erreicht hat. Sie wird jetzt runtergehen auf vielleicht 4, 5 Prozent. Dann ist es aber umso komplizierter, eben die letzten Prozentsätze auf die 2 zu schaffen. Und da spielt der Arbeitsmarkt eine Rolle, der in den USA ja nach wie vor sehr gut läuft. Und deswegen wird die Inflation nicht so leicht auf dieses 2-Prozent-Ziel zu bewegen sein. In Europa haben wir nochmal, eben wegen der Energie und so weiter, eine völlig andere Situation. Wahrscheinlich wird die rein statistische Zahl der Inflation im Dezember sogar deutlich sinken. Das liegt aber an den staatlichen Deckeln, die dort eingerechnet werden für den Dezember und wird dann im ersten Quartal wieder steigen. Also die Europäische Zentralbank hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Also ein bisschen Arbeit vor sich. Und Sie haben ja auch das Thema Energiepreise angesprochen. Womit rechnen Sie hier? Was wird das Thema Energiekrise, Energiepreise bringen in 2023? Ja, die Energiepreise bleiben höher, als wir sie historisch kennen. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Allgemeingut. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir gut durch den Winter kommen werden jetzt, dass die Speicher auch nicht völlig geleert werden. Und dann kommt es eben darauf an, mit welchen Methoden und mit welchen Quellen wir die Speicher dann für den Winter 2023, 2024 wieder erfüllen können. Das ist, glaube ich, heute noch nicht so ganz klar. Da spielt sicherlich auch der gerade von der EU der beschlossene Gaspreisdeckel dann eine Rolle. Aber das werden dann die Sachen sein, die uns im Frühjahr beschäftigen. Ich glaube, zunächst mal werden wir jetzt kein Problem haben mit den Energiepreisen in diesem Winter. Aber es wird dann eben spannend sein über den Sommer, ob wir und wie wir die Speicher wieder gefüllt kriegen. Die große Frage, die sich ja auch stellt, also zum Teil gibt es eine Rezession, wenn ja, wie fällt die aus? Manche, die ja trotzdem noch hoffen, dass wir dran vorbeischrammen. Das wäre dann aber ja im besten Fall eine Stagnation mit der hohen Inflation, dann die Stagflation. Also was für ein Szenario erwartet uns? Die Inflation wird sicherlich am Anfang des Jahres noch hoch sein, vor allen Dingen in Europa und wird dann im Jahresverlauf sinken. Davon gehen wir schon aus. Also dass die Maßnahmen der Notenbanken wirken, dass auch die Rezession dann kommen wird. Wir glauben aber nach wie vor eine milde Rezession. Wir haben jetzt die Stimmungsindikatoren, sowohl in IFO in Deutschland, aber auch die Einkaufsmanagerindizes besser gesehen als erwartet. Immer noch im rezessiven Bereich, aber besser als erwartet. Also deswegen eine milde Rezession und dann eine Erholung Richtung Jahresende mit einer im Jahresverlauf fallenden Inflation. Also man sollte den Teufel auch nicht da an die Wand malen. Wir haben natürlich Probleme, aber ich denke schon, dass wir sie bewältigen können und dass wir dann vor allen Dingen mit Blick auf 24, und das ist ja eigentlich, was man angucken muss, wenn man die Aktienmärkte in 23 anguckt, und dass wir dann wieder etwas mehr Wachstum mit einer doch moderateren, immer noch höheren, aber moderateren Inflation haben. Lassen Sie uns doch mal über schwarze Schwäne sprechen. Das Fiese daran ist, man hat sie ja eben gerade nicht auf dem Schirm. Wenn man jetzt aber auch so geopolitische Risiken betrachtet, also zum einen, was glauben Sie, wie geht es in der Ukraine weiter jetzt im kommenden Jahr? Kommt es da vielleicht dann doch mal zu einer, wie auch immer gearteten, ja, Möglichkeit, Lösungen, Frieden? Aber gibt es vielleicht andere geopolitische Risiken, die man hier vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat? Also Ukraine ist wirklich schwer zu sagen. Für mich als Ökonom bin ich ja kein Militärstratege oder ähnliches. Es scheint für mich so auszusehen, als würde da keine schnelle Lösung stattfinden können. Aber will das nicht ausschließen, würde das natürlich wünschen, dass das in irgendeiner Form passiert. Wir haben sicherlich um Asien herum dann verschiedene Themen, die wir diskutieren müssen. USA, China, was Technologie angeht. China, Taiwan, was die Ansprüche dort angehen. Wir haben sicherlich auch Konflikte zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, was Subventionen um Technologie angeht. Eine mögliche Deindustrialisierung in Europa, die diskutiert wird, die in Teilen wahrscheinlich stattfindet, aber auch nicht so dramatisch sein wird. Also wir merken ja, dass die europäische Industrie doch relativ resilient ist. Aber die energiestarken, abhängigen Sektoren, die scheinen doch im Moment sich eher Richtung Vereinigte Staaten zu orientieren. Und das wirft natürlich auch Konflikte über den Atlantik dann auf. Wenn wir jetzt vorausblicken, Sie haben ja schon gesagt, fürs Börsenjahr 2023 muss man natürlich auch schon auf die Faktoren und die wirtschaftliche Verfassung von 2024 schauen. Aber womit rechnen Sie generell? Im Börsenjahr 2023. Wo geht es hin? Ich glaube, dass es nochmal dann wieder einen Wechsel geben wird. Wir sind im Moment ja sehr viel stärker bei den defensiven, bei den Value-Aktien. Die Anleger sind insgesamt sehr vorsichtig. Auch die ganzen Stimmungsindikatoren der Anleger deuten darauf hin, dass man eher nicht investiert ist, eher vorsichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine Ahnung kriegen, wo der Zinshöhepunkt ist bei den Notenbanken, also die sogenannte Terminal Rate, dass wir dann wieder mehr Zyklika, mehr Technologie sehen werden. Wir brauchen all diese Unternehmen. Wir haben das schon vielfach diskutiert für die grüne Revolution, Transformation, für die Modernisierung, Digitalisierung. Und dann brauchen wir Industriewerte, dann brauchen wir Grundstoffe, dann brauchen wir all die zyklischen Wertetechnologie auch, die uns eben ermöglichen, in diese Welt hineinzukommen. Sind das dann auch die Sektoren, die Anleger jetzt für das kommende Jahr mal in den Blick nehmen sollten? Es ist vielleicht im Moment noch ein bisschen früh. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade eine gewisse Schwächephase mal wieder an der Börse. Und ich würde schon in die Schwäche dann rein solche Werte kaufen. Muss man ein bisschen die Nerven haben, weil die Volatilitäten werden immer noch da sein. Aber mit Blick auf ein, drei, fünf Jahre ist das sicherlich ein gutes Investment. Also in die Schwäche rein, die Schwäche quasi die Rücksetzer als Kaufgelegenheit nutzen, aber sektorenspezifisch. Und für den Gesamtmarkt eher noch Zurückhaltung? Ich glaube, dass auf der Marktseite insgesamt, wenn man sich einen Index anguckt, weniger, deutlich natürlich weniger passiert als in den einzelnen Sektoren. Da wird es, wie gesagt, große Unterschiede geben. Im Moment sind noch eher die defensiven Value-Aktien diejenigen, die etwas besser performen. Das dürfte sich aber dann in 2023 deutlich drehen, so dass wir einen wieder aufholen, der Zykliker und Technologiewerte haben werden. Und dann werden all die profitieren, die wir eben brauchen, um diese Wirtschaft insgesamt zu transformieren. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie ich das schon gesagt habe, in der Industrie, in der Chemie, in der Technologie, Gesundheitswesen. Wahrscheinlich werden wir auch wegkommen von der sehr konsumentenorientierten Technologie. Die wird sozusagen eher eine Cash-Cow werden, aber die großen Wachstumsraten werden wahrscheinlich eher bei Technologiewerten sein, die die Industrie unterstützen, die die Wirtschaft unterstützen, weil da müssen wir jetzt dringend vorankommen. Jetzt hatte ich eingangs gefragt, was wäre Ihr Wort für das jetzt gerade zu Ende gehende Jahr? Haben Sie schon so eine Ahnung, was könnte das passende Wort für das kommende Jahr werden? Also Stand jetzt? Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken, ehrlich gesagt, drüber gemacht. Ja, wahrscheinlich werden wir wieder Überraschungen kriegen. Es ist ein bisschen, zumindest überlege ich da sehr häufig, die meisten Broker gehen doch in eine Richtung. Und meistens kommt es dann irgendwie anders. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was denn die Überraschung dann im nächsten Jahr sein kann. Das sind wir natürlich alle, Herr Dr. Stephan. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, soweit unser Rückblick, aber viel spannender natürlich auch der Ausblick. Was könnte 2023 für die Börse aber auch generell bringen? Wird es so überraschend wie dieses Jahr? Bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als uns dann letztlich überraschen zu lassen. Danke fürs Zuschauen und Ihnen wünsche ich jetzt schon mal schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.